Was ist denn das? Tja, könnte alles mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Wie tust du das? Das ist wahnsinnig. Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Scheiße! Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. 2, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 8. settst. 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Okay. Sehen wir uns das mal genauer an. Okay. 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 Seine Scheiße. Was zum... Sie mal an. Was zum... Was ist das? Verschwörung am Blackwood Mountain. Was ist das? 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 Oh scheiße, krass. Ach du Scheiße. Was war denn hier los? Das, das ist, was könnte? Wie, wie würde denn? Ja. Ja. Hey. Ja. 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 Mit dem Zeug füttert er sie? Sieht sie? Oh, shit, 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 oh, shit Okay. Ah! Ah! Okay. Mene, Mene, Mond, Meg. Und jetzt bist du ganz schnell weg. Weg bist, du noch lange nicht. Wo zum Teufel geht's lang? Okay. Hey, na das wird ja hier immer besser. Hey, na das wird ja hier immer besser. Scheiße ist das krank. Wirklich krank. Okay. Okay, sehen wir mal. Okay. 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 ideally. Okay, okay. Na, Plappermauer, wie läuft's? Alles klar? Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020